So, und jetzt jagt alles andere noch in die Luft. Und ihr baut da mal einen Sensorturm. Komm. Ich hab so viel inzwischen, was ich bauen kann. Ah, das war schön. So, dahin. Ich hab die Mauern, alle Mauern kaputt machen. Die stehen nur im Weg rum. Oh, ich wusste es. Ich wusste es. Es war so klar, dass da noch eine... Es sind nur noch drei. Wie scheiße ist das denn? Die Mauern stehen ja immer noch. Komm. Die war kaputt hier. Ich geb ja auch den Sack, dass die über den Mauern stehen. Die reißen jetzt ein. Oh, sie kommen mit Cyborg. Oh, es ist, es ist... Wir Wespennesten. Verdammt viele Wespenneste, möchte ich erst sagen. Wir werden jetzt einfach nicht los. Oh, ja. 22 Einheiten haben wir noch. Da gehört noch was. Scavengers. Ja. Am Anfang waren die doch so harmlos. Hatten wir so ein paar Schwule MG sind. Und nix nennensweres. Feindliche Basis ausgelöscht. Was? Was? Oh, seid ihr... Okay. Ich beschwere mich mal lieber nicht. Der hat doch jetzt eben was gesagt, oder? Feindliche Basis ausgelöscht. Ha. Ja. Jetzt haben wir es doch eigentlich fast geschafft, oder? Moment. Wir müssen nur so ein bisschen Reste kaputt schießen. Boah, wie sie alle vorbeischießen. Das ist so geil. Ich glaub... Nein, die schießen nicht vorbei. Das ist einfach verpacktes Ding. Och. Gibt's was Schönes als Adlerie? Ja. Lancer-Raketen, ne? So. Ja. Äh... So. Gut. Go. Ja. Alles klar. Dann... Gruppe 2. Ja, die wollte ich noch aufrüsten mit... Mit... ...Mit... 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 Herrlich. Zwei, rebelliert, hallo. Oh, das Stück, das ich gesetzt hab, sieht immer noch geil aus. Oh, den könnt ihr auch angreifen. Oh, geil hab ich das aber gesetzt. Echt geil. Den Turm hab ich schön gesetzt. So, seid ihr jetzt mal langsam fertig? Nein. Ist das eilig, oder was? Es soll noch fertig werden, ne? Haha, vergiss es. Musst du doch fünf, sechs Stunden spielen, Arschloch. Nein, ich will nicht, dass ihr da rauffahrt. Ich will, dass ihr da raufschießt. Ihr seid doch echt selten dämlich. Jetzt kann man's doch echt nimmer sagen, oder? Ganz ruhig, ganz ruhig. Niemanden töten. Ich will, dass ihr da raufschießen könnt. Aber scheiß doch. Die Wand an. Hab ich, glaub ich, heute schon mal gesagt. Ja, doch. So ein-, zweimal und können jetzt die Wand kaputt schießen. Nein, wir sind so dumm, um die Wand kaputt zu schießen. Das ist eine Wand. Und wir haben nur Mörser. Aufschießt mal irgendwo drauf. Mensch, bloß weil ihr nix seht, heißt das ja nicht auf irgendwas schießen könnt, oder? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Der ist noch gelb. Den repariert er noch. Gruppe 1, meldet. Gruppe 2, meldet. Ach, ich kotzt mich das an. So, muss reichen. Gruppe 1, meldet. Gruppe 1, meldet. Ich muss das mal hier speichern. Hoffentlich nimmt Fraps das alles richtig auf, sonst flippe ich aus. Muss ich ganz ein bisschen noch mal machen, wenn der Fraps das nicht richtig aufnimmt. Und ich liege ziemlich gut in der Zeit. Und verdammt, ich dachte, das ist schwer. Warum wirkt das dann so einfach? Was mache ich falsch? Erforsche ich zu viel? Muss ich weniger erforschen? Erforsche gar nichts, dann wäre das echt schwer. Vernichten Sie in der letzten Mission den Fight mit Maschinengewehren. Yeah, mit leichten Maschinengewehren. Ja, ich bin so gut, ich kann das. Scavengerbasis entdeckt. Nein, die haben nur noch eine hingesteckt. Ich glaub's ja wohl einfach nicht. Ich hab gedacht, da oben ist jetzt nächstes Mal. Oh, Scavengerbasis, yeah. Wie viele Basen habt ihr denn da noch mal aufgetropft? Ja, nein, in die Map. Wie viel sind da noch? Ich hoffe, da kommt nicht noch eine. Oh, ich will hier gleich noch eine Einheit. Hör da mal. Nein, hört. Ja, ist blöd, hört auf zu schießen. Komm, gib mir noch ein Artefakt. Scavenger Außenposten ausgelöscht. Hey, guck mal hier, Artefakt. Ha ha, verarscht. Geil. Ver Natefakt. Ja. Vielen Dank.